Wer hier im Bundestag über 80 Millionen Menschen vertreten darf, der muss sich selbst und seiner Meinung treu bleiben. Anpassen und verbiegen will ich mich nicht. Darum werde ich mir als gelernter Architekt auch immer meine Unabhängigkeit von der Berufspolitik bewahren. Hallo, mein Name ist Sebastian Körber. Ich bin 30 Jahre alt und seit der vergangenen Wahl Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich habe begonnen, mich politisch zu engagieren, weil ich keinen Staat mehr wollte, der unsere Bürgerrechte einschränkt und uns Bürger kontrolliert. Ich wollte nicht mehr dabei zusehen, wie der Staat auf Kosten nachfolgender Generationen lebt, wie Kinder aus sozial benachteiligten Familien den Aufstieg verpassen und wie die Politik zu wenig gegen den Klimawandel unternimmt. Für mich war klar, dass ich zur FDP und zu den jungen Liberalen gehe. Keine andere Partei kämpft so progressiv wie die FDP für die Freiheitsrechte der Menschen, gegen Staatswirtschaft und Staatsverschuldung auf Kosten kommender Generationen und für Chancengleichheit durch Bildung. Als Abgeordneter werde ich heute manchmal mit dem Vorwurf konfrontiert, dass Politiker ja sehr wenig arbeiten würden und sich vielmehr auf Empfängen und Veranstaltungen vergnügen. Nach einem Jahr im Bundestag muss ich darüber schmunzeln. Im Durchschnitt 13 Stunden lang ist mein Tag in Berlin und nicht kürzer ist er, wenn ich zu Hause in meinem Wahlkreis bin. Täglich stehen im Bundestag Arbeitsgruppen und Ausschusssitzungen, Treffen mit Journalisten, eine Menge Büroarbeit und natürlich die Plenardebatten auf dem Programm. Da ist fast nie Zeit, um sich auf Empfängen herumzutreiben und so soll es ja auch sein. Ich bin Mitglied im Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und unterstütze die FDP-Fraktion als ihr baupolitischer Sprecher. Ich selbst komme aus Forchheim in Oberfranken. Da bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen und da lebe ich. An einem Samstag auf dem Markt einzukaufen, mit Freunden zu kochen und am späten Nachmittag zum Club zu gehen, das ist ein gelungener Tag für mich. Seit der Wahl gibt es nicht mehr viele freie Tage, aber das ist schon richtig so. Der Wählerauftrag geht schließlich vor. In Berlin arbeite ich für Visionen und langfristige Ziele. Hier im Wahlkreis geht es um Probleme vor Ort, zum Beispiel am Bahnhof Forchheim, wo Gehbehinderte und Ältere nicht zu den Bahnen gleisen können, weil es keinen Aufzug gibt. Hier bin ich mit der Bahn in Kontakt, um dieser Benachteiligung ein Ende zu setzen. Täglich besuche ich soziale Einrichtungen, Unternehmen und spreche mit den Bürgern offen über Probleme vor Ort und über die Politik in Berlin. Ich wäre naiv, wenn ich behaupten würde, dass man als Politiker die Welt verändern kann. Doch man kann einen Beitrag dazu leisten. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass unser Leben nicht weiter vom Staat kontrolliert wird, dass alle Kinder faire Bildungschancen erhalten, dass nachfolgende Generationen nicht die Leidtragenden von Staatsverschuldung und Umweltzerstörung werden und dass die Interessen meiner Region in Berlin vertreten werden. Ich will nicht den täglichen Applaus, aber ich will etwas verändern und das besser machen, was frühere Generationen von Politikern verschlafen oder falsch gemacht haben. Zeit wird's.